Ein großer Dichter und Denker sagte, die Schlacht ist erst dann verloren, wenn die Schlacht verloren ist. Was tut ihr jetzt blöd lachen? Ja, der große Dichter sagte auch, der Vogel ist ein Vogel, weil er ein Vogel ist, klar. Nun schießt ein Ball da rein. Ihr tut mich komplett auf den Konzept bringen. Das ist ja nämlich genau das, was euer Plan ist. Du sagst, ich soll schießen. Er hat sich auf dem Bild, liegt drin, wird wiederholt. Ja, du hast dir die Kamera nicht an. Ja, dann geh ich ja jetzt hin. Du hast aber ja trotzdem nicht getroffen. Setz jetzt die Kamera hin, sonst hast du gleich die Kamera, die von... Moin Wilfried. Udo, das ist wieder so im Brass, ne? Ja, weil ihr mich komplett aus dem Spielrhythmus schickt. Wieso? Warum? Wir machen auch gar nichts. Ich spiel jetzt und wenn der drin ist, dann liegt der drin. Da kannst du hingucken. Wenn du nicht drauf hast, das Peck gab. Entweder stellst du dich da jetzt hin und filmst dann oder filmst dann nicht. Udo, das wird ganz schön knapp hier. Ja, das ist ja ganz schön knapp hier. Ja, das ist ja ganz schön knapp hier. Wieder zu langsam. Natürlich wieder zu langsam. Vor dem Riech.